Musik Er hat sich als Frauenarzt und als Chirurg ausgegeben und im Internet das Vertrauen von Frauen gewonnen. Und sie dann bei einem Treffen in echt betäubt und ausgeraubt. Ich begrüße Sie bei aktuell nach eins. Danke, Christa Kummer. Und Ihnen im Namen von dem ganzen Team hier, danke für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit Studio 2. Schönen Abend, bis bald.